Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung im Auftrag des ZDF Eine Ceska und eine Brownie Der oder die Täter haben aus kürzester Entfernung geschossen Sie sind an die offene Schiebetür herangetreten Und dann geschossen Getroffen, geschossen, getroffen, neunmal Sie haben vom ersten Schuss an auf den Kopf gezielt Sie haben in reiner, unverstellter Tötungsabsicht gehandelt Mustafa Olu Sohn des Mustafa steht auf seinem Grab Sein Name, Geburts- und Sterbedatum Und darunter der Satz Das ist eine Aufforderung Die erste Sura aus dem Koran Wer hierher kommt Schenke seiner Seele ein Gebet So ist mein Vater doch noch in seine Heimat zurückgekehrt Diese Frau war die eigentliche Frau von Emma Schinschek Mit ihr hatte er eine Familie Sehen Sie, eine deutsche Frau Zwei Kinder Wir wissen das, die ganze Stadt weiß das Und Sie wollen behaupten, dass Sie es nicht wissen Aber die Polizisten, die wissen, was sie tun Das sind Fachleute, Experten Die wissen, was sie tun und was sie sagen Wenn die sagen, es ist nicht Fremdenfeindlichkeit Dann müssen wir ihnen glauben Aber die suchen in der falschen Richtung Die glauben, die glauben, dass wir das waren Und in der Zwischenzeit machen die einfach weiter Abdurrahim Özidoru wurde in seiner Schneiderei Auf zwei Meter Entfernung ins Gesicht geschossen Dann in die Schläfe Suleiman Tashköpri Zwei Kopfschüsse in seinem Lebensmittelladen Mehmet Turgut Drei Schüsse in Kopf, Hals und Nacken Ismail Yashar Fünf Schüsse in Kopf und Körper Papa Neun Schüsse Die denken, ich lüge Die denken, ich gehöre dazu Die denken, wir haben unseren Vater umgebracht Das denken Sie Alle In den Trümmern der Zwickauer Wohnung Haben die Ermittler ein Bekennervideo des Trios gefunden In dem viertelstündigen Film sind Sequenzen der Zeichentrickserie Paulchen Panther Mit Fotos der Ermordeten am Tatort zusammengeschnitten Die die Täter gemacht hatten Sie haben einen Mann erschossen Und dann haben sie ihn fotografiert Während er im Sterben lag Haben sie sich über ihn gebeugt Und auf den Auslöserick Über Untertitelung Aqu�� Die Tätigkeit Untertitelung des ZDF, 2020